Guten Tag, Sie wollten gut geschnittene Bildungsvideos auf YouTube finden? Da sind Sie hier genau richtig. Ich veröffentliche ca. jeden Monat ein Bildungsvideo auf meinem Kanal. Ich weiß, wie dieses Exemplar hier erklärt, wie die Weimarer Republik entstanden ist und wie sie gescheitert ist. Auf diesem Kanal kommt auch andere Content von meinen anderen sozialen Netzwerken, die hier eingeblendet werden. Hier unten finden Sie meinen Video-Vorschlag und oben finden Sie die Playlist mit allen Bildungsvideos von diesem Kanal. Ich bedanke mich, dass Sie eingeschaltet haben und ich freue mich, wenn ihr nochmal einschalten möchtet. Viel Spaß und ciao.